In der letzten Woche, in Lakewood, wir haben einen großen Offiz für nichts zu lernen. Nicht lang. Das ist ein großer Offiz, wo wir hier arbeiten, wo wir hier arbeiten. Wir verstehen allein, das ist ein großer Offiz, das ist ein großer Offiz. In einer von den Arbeiterinnen, einer von den Arbeiterinnen, hat er mit dem Telefon auf den Boss und hat ihn gefragt, ich will auf dem Telefon sagen, aber ich will sagen, ich will das Geld geben. Ich fragte, wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Ich kriege von dir eine Mail, ich soll sie 70.000 Dollar schicken. Ich soll sie überführen, ich soll sie 70.000 Dollar schicken. ich soll sie überführen. So ich fragte sie, ich soll sie alles überführen. Er gewinnt ein Geld, weil das Geld keiner jemandem geschickt hat. Er hat keiner jemandem geschickt. Er hat keiner jemandem geschickt. Bei Kindern wusste ich nicht, das ist kein Geld. Als einer ein Gad, das ist, hat er gewonnen in das Geld. In das Geld gewonnen. In einem gewissen Nusser, die sich in das Geld gewonnen, wie er schreibt, den ist Kurs, mit dem ganz normalen Sachen. Er hat ihn geschickt, also er hat ein Pferd eine Mail, hat gewusst, was es nicht zu tun hat, hat man doch über Geld da, hat er geschickt eine Mail, und er soll ihm die Kalle bei der Busbeid, die Busbeid, und er soll zu ihm überschicken. Ne, 70.000 Dollar. Er hat gewonnen mit einem Helm, der Bus. Nur, es hat sich ein bisschen beruhigt, von dem Schwindel, was man ihm umgemacht. Er hat gefragt, hat er eh gefragt, ich verstehe nicht, warum es das so verbindet, warum es so klingt, er hat sich nicht zufrieden, du hattest noch einen in Befieren Geld, also kriegt eine Mail, aber die Mail, die Mail hat sich immer mehr über die Mail. Er hat sich nicht zufrieden, aber nicht zufrieden. Er hat sich nicht zufrieden, also fragt der Bus, die Buss in der Busbeid. Und er sagt, weil die Gott die Kalle von Azen der Kalle von Azen ist, die Kalle von Azen ist, der Kalle von Azen ist, der Kalle von Azen ist, aber in generell, die Mail mit einem Namen. Also er sagt sie. Er sagt, er hat sich nicht zufrieden, die Lampel, die sich auf dem Telefon verwendet hat. Er sagt, dass er geht, 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 er geht.